Okay, oh! Hast du einen neuen Stab? Mhm. Hast du einen? Ich nehm deine Hose. Oh, was ist das denn cooles? Es schneit! Es regnet. Über dir. Das sieht aber eher aus wie Schneeregen. Du bist vom Pech verfolgt. Sowas cooles hab ich nicht. Ja, Hallöchen und Hallo zurück. Wir sind ja auf dem Alien-Planeten. Und wir wollten jetzt abwärts gehen, um Durastahl zu kaufen, wollte ich sagen. Zu holen, zu sammeln. Durastahl, Durastahl. Lass uns... Achso. Willst du jetzt hier lang gehen? Einfach? Wollen wir nicht einfach abwärts bauen? Ja, machen wir doch hier. Oh, da ist so eine Katze. Warte mal. Oh, Musik ist wieder direkt ausgegangen. Okay. Ja gut, abwärts? Ja. Wow. Ah, 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 ah. Scheiße. Mach das mal, mach das mal. Scheiße, wir müssen vorsichtig sein. Was soll das denn? Wo sind die hin? Ah, ah, ah. Oh, was ist das denn Süßes? Guck mal. Wird gar nicht so leicht. Ja, wir wollen Durastahl haben. Und vielleicht auch Titanerz. Da ist schon Durastahl. Wo? Hier. Durastahl, Durastahl. Durastahl, Durastahl. Durastahl. Oh, was ist hier? Guck mal, hier ist ein Fernseher. Da hab ich auch einen. Yippie. Ein Fernseher? Ja, hier steht ein Fernseher und so. Mit einem Lagerfeuer. Autsch. Jetzt hab ich auch, jetzt hab ich auch einen Fernseher. Jetzt können wir dann auch zu Koichi gehen. Okay, sehr gut. Oh, so tief sind wir schon. Das hier schon so. Du musst, wir müssen auch immer ein bisschen vorgucken, sonst. Genau, sonst passiert sowas hier. Au, 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 au. Ach du Scheiße. Oh, hier ist auch Dingens. Das mach ich mal direkt. Warte mal, ich möchte mal eben hier. Hm. Ach so, das Ding, ja. Mist, ich muss mal kurz was. Anheilung machen. Geht das nicht? Ah, jetzt. Man, Harnwärmig. Wie geht das denn? Oh. Was ist denn? Okay, und jetzt? Wie wechsle ich das? Oh. War das korrekt, was ich jetzt gemacht hab? Ich hab keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich hab auch keine Ahnung. Das war's schon. Oh. Okay. Ich hab das irgendwie nicht so richtig korrekt gemacht. neun. Oh. Kompl- Incomplete, ja. Okay. Naja, gut. Ciao. Okay, die tun weh. Alles klar. Was ist das hier? Wo? Das ist irgendwie, sind Särge, ne? Ja, wir sind in der Ruine oder sowas. Wo bist du denn? Nach links und unten. Jetzt ein bisschen nach rechts. Hä? Hä? Wo bist du? Hier ist Durastahl. Durastahl, Durastahl. Ne Ruine? Oh, 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 oh. Wo ist das denn eine Ruine? Das ist einfach hier das Habitat, was so aussieht, oder? Ach hier, guck mal. Na gut. Gut. Hier ist irgendwas. Oh, hä? Okay. Fackeln. Oh, Diamant. Mhm. Das ist ja interessant. Oh, okay. Weiter auch abwärts? Jo. Na dann. Fahrstuhl. Wenn das die ganze Zeit so weitergeht, dann ist ja cool. Ja. Hier ist auch Durastahl. Durastahl, Durastahl. Aber dann können wir endlich die ganzen Sachen bauen. Ja, geil. Das ist voll gut. Ach guck mal, hier ist das auch im Hintergrund. Das ist ja interessant. Was ist denn das hier für ne... Für ein... Keine Ahnung. Für ein Biom. Oh, 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 oh. Kupferkabel. Kupferkabel. Kabel. Kabel, Kupferkabel. Kabel, Kabel. Das ist gruselig, so tief. Ah, hier, Titan, Titan, Titan. Oh, warte, hier ist was. Und da ist noch so ein Ding. Warte mal, das will ich auch nochmal machen. Warte mal. Komme ich da dran? Oh, was ist das? Oh, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich... Warte mal, ich baue mich mal ganz kurz dahin. Weil... Komme ich da rauf? Ja. Ich will das mal eben hier machen. Moment, ja? Na ja, ja. Oh, okay. Ich mache das irgendwie falsch. Okay. Jetzt war richtig? Ach, das ist auch ein... Failed. Okay. Na ja, gut. Fuck you. Fuck you! Oh, wo bist du? Unten. Wie weit unten? Nicht weit. Ich höre dich schon. Durastahl. Bau doch mal den ganzen Durastahl ab hier, ey. Weiter. Was siehst du denn immer? Hier ist nochmal sowas. Warte. Ich will mal... Ich möchte mal sowas hier hinkriegen hier. Upsa. Warte. So, wie geht das denn? So. Hast du noch einen Pinsel? Oder ist es immer nur der eine? Ja, warte, ich gebe die ein. Moment. Sekunde. Sekunde. Incomplete. Ach, irgendwie habe ich das nicht so richtig. Ja, warte, ich gebe dir mal einen. Wo bist du? Sekunde. Hier. Ach so, auch einen Pinsel kannst du auch machen. Danke, danke, danke. So, weiter abwärts, oder was? Danke, danke. Was ist denn das hier für ein Hintergrund? Das ist irgendwie so... Musst du halten, ne? Ja, ja. Okay. Geht mir das jetzt nicht. Bin ich zu weit weg. Also du hast da irgendwie so... Ja, du hast halt mehrere Materialien. Muss gucken, dass du halt... Ja, dass du das irgendwie... Dass du Sachen freigebaut bekommst. Also so... Ja. Ja, so Zeug halt. Hä? It failed. Ich verstehe das nicht. Irgendwas mache ich immer falsch. Keine Ahnung. Ne? Aufhören. Okay, pass auf. Ich bin aber runtergefallen. Oh, hier wird es schon... Hier wird es schon rot. Wir sind langsam am Kerninneren. Jetzt kann ich nicht drehen. Durastahl. Durastahl, Durastahl, Durastahl. Dur... Was war das? Ach so, Nanowarp-Verband. Durastahl, Durastahl. Titan, Titan, Titan. Durastahl, Durastahl. Ich bleib mal kurz stehen, weil sonst findest du mich nachher nicht mehr. Ich find dich, alles gut. Okay. Ach, da ist ne Ding, da ist ne Truhe. Ja, und... Aber es geht wohl irgendwie um die, ähm... Um die Totenköpfe da und die Knochen oder was? Ich hab schon gedacht, ich falle jetzt hier. Also hier ist auf jeden Fall schon mal Dingens wieder, ähm... Wie heißt es denn? Wie heißt denn das Zeug noch, was so leuchtet? Was wir ganz am Anfang gesucht haben. Ah, Kernfragmente. Kernfragmente, ja. Oh, Feuer. Hehe. Hab ich aber nicht abbekommen. Hihi, hihi. Haha. Haha. Sehen. Bist du immer noch dran? Ja. Oh, hier ist viel Durastahl. Oh, ich hab Hunger. Oh, oh, oh. Ich hab Hunger. Ich hab Durastahl. Äh, was ist das denn? Alienfrucht. Okay. Ich hab eine Alienfrucht gesammelt. Okay, ich brauch noch vier Stück. Hm. Ja, sag mir mal, wenn du das dann hinkriegst. Würde mich mal interessieren. Ich scheitere da irgendwie immer dran. Ich mach das nicht so richtig. Ich kann das leider nicht drehen. Das ist ein bisschen doof, ey. Boah, voll viel Durastahl. Wie hab ich denn jetzt gesammelt? 41. Oh, ist das geil. Ich hab's. Du hast? Hast ge- Hat ge- Kompli- Nee. Äh, Ex-Avacation fehlt? Warum? Ja, irgendwas weiß ich auch nicht. Komisch, ne? Ich hab aber alles erreicht. Ist komisch, ne? Ich find's, versteh's auch nicht. Ja, ich hab die 15 erreicht, die gefordert waren. Ja, der baut das dann so zum Schluss irgendwie. Macht er das selbst und dann, keine Ahnung, irgendwas funktioniert da nicht. Total komisch. Komm mal runter, lass uns mal unsere Mission weitererfüllen. Ja, ja, ja. Wir können das leider noch öfters probieren. Na 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 auf reduce comunque überprüchen. Höht? Ist er von der anderen Seite gekommen? Tag. Tag. Abwärts. Abwärts. Ich bau Haben wir jetzt wieder tauschen, bitte. Oh 꽃? Oh, alles gut. Oh, okay. Ich habe schon Angst hier. Oh, Lava. Lava. Guck mal, da ist Lava. Cape Funk, da ist Lava. Ja. Aber kein Huberstahl. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich laufe rein. Was ist das hier? Oh. Kohle. Hast du noch... Verbände? Ja, natürlich. Brauchst du? Ja, ich habe nichts. Gar nichts? Nee. Warum? Weil ich eigentlich voll den Skill habe und denke, ich brauche nichts. Du bist vollidiot, bist du. Du hast vor allem Hunger. Boah, ich habe Obsidian. Obsidian? Ja. Ach, Quatsch. Doch. Wo hast du das denn her? Ist das das hier im Hintergrund? Rufziegel. Ja, das ist im Hintergrund. Können wir gleich Dingens machen hier. Ja, ein Portal zur Neta-Welt. Zur Neta-Welt? Herzlich willkommen bei Minecraft. Ja, ich wollte was sagen, Alter. Jede Starbound-Folge ein anderes Spiel. Ja, genau. Oh, hier ist ein Diamant, ein Diamant, ein Diamant, ein Diamant! Und! Aaaaaah! Ja, da gehen die Frauen immer ab, ey. Diamant oder? Aber ich habe fünf Diamanten. Oh. Das ist gut, dann kannst du dir einen, äh, kannst du dir einen Dings leisten. Hast du immer noch Hunger? Nö. Dura-Stahl, 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 ey. Ja. Dura-Stahl. Da war ich ja schon. Da oben ist auch noch Dura-Stahl. Natürlich nicht. Au! Oh, da ist eine. Ah, was ist? Ja. Kann ich eigentlich hier einen Baum pflanzen? Können wir mal probieren. Die können aber nur, äh, die brauchen Licht halt, logischerweise. Da ging es ja rund. Ey, warum, warum machst du das nicht zu, Junge? Warum machst du das nicht zu? Was denn? Ja, hier geht es voll abwärts. Warum machst du das nicht zu? Scheiße, äh. Nein! Kevin! Mach nicht wieder die gleiche Scheiße. Natürlich alles schon leergeräumt hier. Oh, 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 oh. Oh, hier ist ja wieder offen. Ey. Du lässt einfach alles offen. Da bin ich, da bin ich, da bin ich gerade runtergefallen. Ach man, immer. Aber wenigstens habe ich jetzt Licht, wenn ich brenne. Da hinten ist ein Diamant. Den hole ich mir. Den hole ich mir! Du, Raskal, du, Raskal, du, Raskal, du, Raskal, du, Raskal, du, Raskal, du, Raskal. Dura was? Dura Stahl, Dura Stahl, Dura Stahl, Dura Stahl! Jetzt neu! Dura Stahl! Du, Raskal, Dura Stahl, Dura Stahl, du, Raskal. Ey, es hört sich nicht an wie ein Wärmesbekommen. Aua! Was? Dura Stahl? Oh, au, ah, ah, oh. Au! Ich tue mir die ganze Zeit weh hier an den Dingern. An meinem Ding, oder? Ja, dein Ding tut mir weh. Scheiße. Der muss wehtun. Was? Wo geht's denn hier lang? Nee, der muss stinken. Der muss stinken? Ich hab voll Angst, dass ich hier irgendwo runterfalle. Wo bist du denn? Irgendwo links. Kann man da runterfallen? Ich hab Angst. Ich baue mich da gerade durch. Also, ich hab keine Ahnung. Irgendwo links. Links ist nicht rechts. Danke, Kevin. Ohne dich hätte ich das nie gewusst. Hallo. Geht schon. Ach, da hinten will ich hin. Hier geht's auch runter. Ah, Dura Stahl. Oh, Titanerz. Titanerz, Titan, Titan, Titan. Boah, wir haben so viele Rohstoffe dann. Aber es kommen ja noch andere Rohstoffe. Es kommen irgendwie noch drei oder vier neue. Die müssen wir dann auch wieder sammeln, ja. Ich hab so das Gefühl, da geht's abwärts. Da ist Dura Stahl. Ja, geht abwärts. Da ist auch ziemlich viel Lava. Kevin. Ja? Mach doch sowas, Nick. Oh ja, jetzt, jetzt. Es ist vorbei. Es ist. Nein. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das ist doch echt nicht dein Ernst. Hallo? Bist du in die Lava gefallen? Da war noch mehr Lava. Was soll ich machen? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber du lernst doch nicht dazu, oder? Das ist mir jetzt das erste Mal passiert. Ich weiß nicht, was du weißt. Genau. Brauche ich mal da runter. Ich muss gleich die Lava ein. Mein Zeug holen. Du kannst denn der Lava, der ist weg. Was ist denn da unten? Echt jetzt? Ja, ja. Nein, da ist es. Echt? Ja. Ach so, das ist noch nicht, das ist noch nicht der, das ist, oh, ach, das ist noch nicht der Kern, Mittelpunkt. Okay. Oh, ich leb noch! Boah, Mann, ich muss das mal leiser machen auf den Ohren. Ey, das war einfach nur Scale, das war einfach nur Scale. Ja, du bist, Pro-Gamer sind wieder am Start, Alter. Alter, hier geht's doch wieder abwärts. Hallo, Grammar gibt's erst später, ne? Zu jedem vollen Stunde. Geht's hier wieder abwärts. Alles klar, hab ich jetzt meine Diamanten wieder. Ja, da unten ist voll viel Zeug von dir. Da unten in der Lava. Was? Ja, unter uns. Immer noch? Ja, pass mal auf, ich, hier. Siehst du's? Ich hab dir da was hingebaut, guck. Ah, okay. Siehst du's? Ey, sei vorsichtig. Aber ich hab noch. Alles easy, ich hab alles ohne Kontrolle. Alles ohne Kontrolle. Hä? Hä? Warum hab ich plötzlich 120 Schaden gekriegt? Aber schön, dass ich's mal drauf hab. Hä? Ach, Kerl. Was war denn das? Ne, jetzt mal ohne Scheiß, was war denn das? Weiß ich nicht, du bist einfach in Flammen aufgegangen. Ich hatte volles Leben. Ich glaube, das ist, wenn du von der Lava brennst und dann nochmal in die Lava gehst. Dann pass... Wenn du jetzt reingehst, dann passiert das wahrscheinlich. Das ist deine Scheiße. Du bist einfach in Flammen aufgegangen. Das sah aber lustig aus. Ja. Ja, ja. Ne, das Spiel, das Spiel ist sinnlos. Also, das... Wenn ich in die Lava geh, dann... Da unten ist immer noch Zeug von dir. Da ist noch mehr Zeug von dir. Ja, ich weiß, ich muss... Ich muss warten. Ey, jetzt bin ich aber nicht gebrannt. Das war jetzt für mich. Ich hab versucht, das so zu erklären. Aber ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum du... Vielleicht liegt's... Weißt du, woran das liegen könnte? Mhm. Dass du ein Hylottel bist. Vielleicht hast du Probleme mit Feuer. Rassistisch ist das Spiel jetzt auch noch, oder was? Mach doch die Lava weg! Und wenn ich jetzt platze, dann ist es hier mehr Zeug. So, jetzt heil ich. Heil ich erst. Ja, genau. Warte, ich geb dir auch noch Zeug, wenn du willst. Ich hab noch. Hier, nimm mal noch was. Du brauchst das... Das Spiel macht Spaß! Du brauchst das mehr als ich, hier. Was soll das heißen? Du bist nun mal nicht vorsichtig. Tolles Spiel. Okay, ich bin jetzt voll aufgeladen, ja? Wenn ich jetzt wieder in Flammen einfach so aufgehe, ne? Ja, ich guck mir das an von hier. Ja? Ich genieße das. Ich stelle mich hier hin und dann... Dann stehe ich auf und gehe. Wo ist denn das Zeug? Hier ist noch Zeug. Genau, da links. Aber das ist nur so ein Giftding. Lass das gut sein. Geh, da runter. Ja, rechts runter. Genau, da. Also, ich glaub, das ist, wenn du nicht komplett vollgeladen bist. Kann das sein? Gott, das... Ja, das kann... Anscheinend. Macht sehr, sehr viel Sinn. Ja. Oh, ich glaub, wir sind am Kerninneren. Okay, wir kommen zurück. Ja, mein Abend. Ich habe eine Flasche leer. Flasche leer. Wasserlaube Strunz. Wasserlaube... Wasserlaube Dingens. Wir versuchen mal, eine Lösung zu finden. Guck mal, hier Loser. So. Erstmal wieder Koks durchgezogen. Ja, dann geht's ja. Dann geht's ja wieder besser. Wie tief geht's? Nee, ich war jetzt wieder voll. Ich war jetzt wieder voll. Hier unter uns ist... Oh, hier darf ich nicht runterfallen, ey. Wenn ich jetzt hier runterfalle... Mach doch mal, das ist ganz lustig. Nee, da unten ist nämlich der Kerninnere. So, jetzt hast du alles. Jetzt springt er nicht schon wieder runter. Wir machen das jetzt zu. Oh, ich hab alles, ja? Ich hab alles, ja? Du hast alles. Warte mal. Das sind meine Diamanten. Okay, ich hab alle Diamanten. Warte. Das ist mir egal. Ich verkaufe mein Leben. Ich mach schnell alles zu hier, dass du da nicht mehr reinkatzt. So. Das ist traurig. Traurig, dass... Nee, ich bin sehr enttäuscht von dem Spiel. Ich bin sehr enttäuscht, doch wirklich. Ups. Du gehst... Siehst du? Guter... Bau dich da mal runter jetzt. Da unten ist Durastahl. Nein, mach es nicht, mach es nicht. Da unten ist der Kernmittelpunkt. Du weißt, was dann passiert. Ja, ich will nicht mal zählen von ihnen. Nein. Ich seh es nicht, ist das der Witz. Ich seh nicht so weit runter. Ist das wirklich... Ja. Also... Ey! Das Schöne ist, es ist ja nicht so, als wäre es nicht schon mal alles passiert, ne? Deswegen finde ich es ja schon ein bisschen cool, dass du es einfach nochmal machst. Du machst das nur für die Fans. Du machst das nur für die Fans, ja? Einigen wir uns da drauf. Ich baue das hier schnell zu. Ach, Kevin. Warte mal. Ich will mal gucken, ob ich das irgendwie sehen kann. Oder mal zeigen kann. Ich darf nur nicht an so einen Piekser kommen. Da ist so ein Piekser. Ja, hier geht's abwärts. Können wir uns da nicht runter... Kevin? Ach. Scheiße. Das ist mir auch passiert. Scheiße. Ja, ja, freust du dich, ne? Da freust du dich. Ganze Dura-Stahl ist weg. Aber Gott sei Dank ist ja nicht so, als wären wir dich zum ersten Mal da. Scheiße. Weißt du, ich komme hier an und da spielt jemand auf dem Klavier. Din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din. Oh fuck. Die Scheiße. Bist du auch untergefallen? Oh, naja. Ja, warte. Ich habe was gemacht, aber schnell, beeil dich. Ja, warte. Schnell, schnell, schnell. Ja, ja, ich bin hier, ich bin hier. Ich werde fallen, oder? Ey, weh, ich fall jetzt in die Lava. Nein, ich glaube nicht. Oh, ja, schön. Ich glaube nicht. Ich bin mir vor, ich bin einfach losgegangen. Ich habe aufgemacht, außer sehen. Ja, gut, okay. Also, alles weg, ne? Was ist denn? Alles weg. Scheiße, ich hatte sechs Diamanten, Mann. Es ist einfach alles weg. Oh Mann. Also, jetzt brauchen wir auch das Ding nicht benutzen, um wieder hochzukommen. Nö. Aber eigentlich haben wir ja Dura-Stahl, oder? Wir haben schon Dura-Stahl. Also, das Gute ist, warum wir jetzt so entspannt sind, ne? Ich bin nicht entspannt. Das hat damit zu tun, dass wir schon mal da am Kernpunkt waren. Das ist in der Folge halt passiert, die halt weg ist. Die ohne Ton. Und, äh, ja, wir haben schon ein wenig Dura-Stahl gesammelt. So ist es nicht. Ich spring da nochmal rein. Okay, ja. Oh, ich habe Dura-Stahl. Wollen wir zusammen? Sollen wir zusammen sterben? Oh, ich habe Dura-Stahl. Echt? Ja. Ja, wollen wir noch ein bisschen Dura-Stahl sammeln, oder was? Hier unten. Ah! Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr heilen. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Gar nichts. Alles weg. Oh, stimmt ich auch nicht. Ja, gut, dann brauchen wir eigentlich auch nichts sammeln, ey. Oh, Dura-Stahl. Wir dürfen jetzt, ja, uns darf halt einfach nichts passieren. Dann ist okay. Ja, pfff. Wem passiert da schon was? Au. Hä? Jetzt bleibt er dran? Jetzt bleibt er dran? Was bleibt dran? Guck. Guck. Tja, was soll ich dazu sagen? Das ist einfach nur Schikane. Schikane von dem Spiel. Wenn ich irgendjemand mal, also wenn ich irgendwann, ja, irgendjemand mal treffe, ja, dann habe ich gesagt, ja, ich gehe Eis essen oder so, ne, und dann sitzt da irgendwo einer und sagt, hey, ich war dabei, der Starborn entwickelt hat. Auf die Fresse. Da kann ich nichts, dem sein Eis schäbe ich durch den Anus in den Magen wieder rein. Ja, immerhin hat er es dann trotzdem gegessen, irgendwie. Hauptsache lässt du ihm sein Eis. Wie ist halt eine andere Sache. Ja, wir sind hier irgendwie, geht es hier nicht weiter, ne? Wollen wir... Du bist fast tot. Das ist die Selbstmordfolge. Ich nehme mal deinen Grüber Stahl. Ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt auf dem Schiff. Ja, bleibst du auf dem sicheren Schiff? Ich gehe nicht mehr da runter. Hast du die Schnauze voll? Jetzt ist es vorbei. Na komm. Ich gucke jetzt mal, wo wir hin müssen. Komm doch mal zu mir, komm. Wenn wir da besiegen müssen, in der nächsten Folge, weil... Ne. Als wenn ich in die Lava gehe, ne? Als ich als Mensch, ne? Au! Au! Da wird die Lava erfrieren, ja? Ja? Ja. Weil du so angepisst. Das ist einfach... Pass auf, hier ist so ein Löchlein. Ja, komm, Löchlein, nimm ich, komm. Nimm ich. Pass aber auch. Ach, da ist ja Lava. Ja. Hier ist überall Lava. Ach, hups. Ach, Kevin. Das war jetzt ausgesehen. Ach, Kevin. Es tut mir jetzt aber leid, du die arme, arme Hitrottel. Weißt du was? Das soll ich mal über uns wegbauen. Kevin! Kein Problem, habe ich schon erledigt. Oh, das fühlt sich ziemlich schnell. Ich glaube, wir sollten hier reden. Aber ja, wohin denn? Warte. Ah, jetzt geht's. Komm. Haben Sie denn hier? Wir haben kaum noch was zum Bauen, zum Zubauen. Ey. Was sehen? Ich will mit der Lava spielen. Ja, ist lustig. Hier unten. Was machst du denn da? Ach, Kevin. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Hä? Guck mal, wir haben ja... Ich habe hier zugebaut. Hier sind wir hergekommen. Krass. Stimmt, da ist nichts mehr drin. Also, du sprichst einfach so rum, so... Ich brauche mich jetzt hoch. Komm, ich mache uns den. Ich mache uns das. Lass uns mal hier noch ein bisschen Kernfragmente mitnehmen. Die kann man gut brauchen. Für was? Die brauchen wir eh nicht. Doch, Mann. Für Bomben. Soll ich noch nicht einmal... Damit kann man... Ja, Bomben herstellen. Bomben sind voll gut. Sehe ich aus wie ein Theorist. Ja. Gerade irgendwie schon. Oh, Durastall. Durastall, Durastall. Durastall, Durastall. Dreimal jetzt in Folge, ne? Ja. Das ist schon irgendwo Frechheit. So. Wollen wir mal wieder hoch, dann? Ja, schau. Ach, was will der denn, Alter? Verpiss dich, Junge. Ach, Kevin. Sei doch nicht so... Sei doch nicht so traurig. Das komische fliegende Spiegelei hier. So. Okay, ich baue uns hier mal ein Ding hin. Ja. Lustig hier, nenne ich das. Lustig hier. Lustig hier? Mhm. Warte so. Warte, ich schreibe, ist lustig hier. Ich bin gleich tot. Komm, zu mir runter hier. Hier, ich habe hier so ein Ding. Ja, weil ich hier so ein Ding hingestellt habe. Ach so. Oh. Oh, oh. Oh. Wo bist du? Wo bist du? Komm her! Ach, da bist du. Oh Gott. Nein, nein. Falsch. Ja, kannst du auch hier hochbauen. Komm, ich baue dir hingegen. Sehr nett. Ja. Ich kenne doch noch was Nettes in dem Spiel. Mich? So, gut. Okay, wir haben jetzt hier... Nein, ich habe eigentlich den Teleporter gemeint. Alles klar. Aber ich muss es auch benennen, ne? Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, wie wenig uns das Spaß gemacht hat. Hier zuzuschauen. Was machst du da? Nicht abbauen! Nicht abbauen! Nicht abbauen! Ich habe es geändert. Ach so, wie heißt das denn jetzt? Heißt es bei dir genauso, wie ich es geschrieben habe? Hä? Ich kann das gerade nicht... Ich finde das gerade nicht. Kann ich das? Ich kann das, glaube ich, nicht umbenennen. Nur 1000. Ich habe geschrieben, es ist lustig hier. Ach so. Ich habe geschrieben, Arschloch spielen. Okay. Ja gut, na dann. Ciao. Ciao.